Mein Name ist Ryan Malone. Ich bin Gründer und CEO von SmartBug Media. Wir unterstützen Unternehmen im Gesundheitswesen und Technologiebereich dabei, mehr aus ihrem Marketing herauszuholen. Das erreichen wir für sie, indem wir mehr qualifizierte Besucher auf ihre Website bringen, sie in Interessenten konvertieren und letztendlich in Umsatz. Jeder einzelne Dollar für Marketing bringt deutlich mehr ROI als ohne unseren Einsatz. Mehr als auf jede andere Kennzahl legen Kunden ihren Schwerpunkt auf den Umsatz. Um Umsatz zu schaffen, muss man Leads generieren. Und um festzustellen, wie viel man ausgeben will, muss man wissen, wie effektiv man Leads konvertiert. Wenn man kein System wie HubSpot hat, kann man nicht wirklich beurteilen, wie effektiv die einzelnen Kanäle sind. Man kann den Kunden also keinen guten Rat geben. Das größte Problem ist das Tracking von Social Media und Leads. Man muss Leads pflegen und natürlich wissen, was sie tun, wenn sie zu Leads geworden sind. Dabei muss man den kompletten Kaufzyklus verfolgen können. Ohne ein System wie HubSpot muss man also alle verschiedenen Tools im Auge behalten. Das macht einen zu einer Art Tabellen-Zombie, was für ein Unternehmen ein echtes Problem ist. Man verbringt sehr viel Zeit damit, herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Und meistens muss man einfach raten. Mit HubSpot und unserem tollen Team gehört das der Vergangenheit an. Wir können uns darauf konzentrieren, unsere wichtigsten Kennzahlen zu verbessern. Das Partnerprogramm ist stark gewachsen und hat sich zu einem Programm von Weltklasse entwickelt. Die Partner werden anhand ihrer Performance beurteilt und es gibt ein Team, das sich voll und ganz darauf konzentriert, dass die Partner erfolgreich sind. Es gibt bei Bedarf eine Menge informativer Ressourcen. Man hat die Möglichkeit, von potenziellen Kunden gefunden zu werden und Partner haben einen direkten Draht zum HubSpot-Team. Es gibt dort viele clevere Mitarbeiter, denen wirklich an unserem Erfolg und dem der anderen Partner gelegen ist. Und das ist einfach toll. Seitdem wir mit HubSpot arbeiten, haben wir bei einer ganzen Reihe von Kennzahlen unglaubliches Wachstum erlebt. Unser Umsatzwachstum in drei Jahren lag bei 1691 Prozent. Das ist wirklich enorm. Unsere Rentabilität ist drei bis viermal höher als bei einer typischen Agentur. Unsere Kundenbindungsrate liegt bei über 95 Prozent. Wenn man sich anschaut, wie Agenturen üblicherweise prognostizieren, geht es meist um den Umsatz aus langfristigen Verträgen im Vergleich zu Projektarbeit. Bei uns ist dieser Anteil von etwa 50 Prozent auf 83 Prozent gestiegen. Wir haben mit unserem Team und HubSpot also wirklich fantastische Ergebnisse erreicht. Und dieser Fokus ist für unsere Kunden spürbar. Phase 5 Group arbeitet noch nicht sehr lange mit uns zusammen und doch konnten sie schon einen 42-fachen Anstieg bei den Leads verzeichnen. Und AnswerDash konnten wir mit individueller COS-Entwicklungsarbeit innerhalb kürzester Zeit zu 60 Prozent mehr Leads verhelfen. Mit HubSpot und so einem tollen Team ist es leicht, solche Kennzahlen für Kunden zu erreichen. Und wir sind einfach begeistert, dass diese Unternehmen so erfolgreich sind und wir mit ihnen am Tisch sitzen und zusehen können, wie sie das schaffen. Das ist wirklich etwas, von dem alle profitieren. Das ist wirklich tollen Team, wie sie das machen. Das ist wirklich tollen Team. Das ist wirklich tollen Team. Vielen Dank.